Der Modus lässt es mir auch, der ist geil, ne? Hazard-Modus. Wissen wir was drüber? Wann kommt denn der Release für die Ankündigung? Ist das nicht heute oder war das schon oder war das gestern? Gestern? Gestern gab es einen Trailer? Ja, dann gucken wir uns direkt den Trailer an. Ja, gerne, hau raus den Link, wenn du einen hast. Mega cool, Chris. Dann gucken wir uns jetzt direkt den Link an. Ah, dankeschön. Das tat richtig cool. Wer war das mit dem Wasser? Grace, ich war nötig. Ah, sehr, sehr geil. Oh, jetzt bin ich mir richtig fit. Der Release von Battlefield. Ah, das ist PC Games. Okay, alles klar, machen wir voll Lautstärke. Oh, das Bild ist schon mal geil, ne? Oh, soll ich die Kamera hier oben ausmachen? Peace. 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 Das, guck mal, lassen wir das hier an. Hazard Zone in Battlefield. Zwei Minuten geht der. Let's go. 20, 42 rückt näher. Jetzt hat das... Sieht schon geil aus, ne? Also, grafisch fand ich es aber auch geil in der Beta. Grafisch top. Auch da hat es seine Probleme gehabt, ne? Aber grafisch wieder top, trotz allem. Da ist auch das letzte Schweigen gebrochen und den dritten Spielmodus Hazard Zone enthüllt. Hazard Zone? Heißt das Hazard? Heißt nicht Hazard? Hazard? Sagt man das? Hazard Zone. Hazard Zone. Ich hab immer Hazard Zone gesagt. Überraschend war dabei wenig. Schon im Vorfeld drangen zahlreiche Leaks an die Öffentlichkeit. Jetzt stellt sich raus, die waren zu großen Teilen korrekt. Uh, waren zu großen Teilen korrekt. Das wird gut. Weil die Leaks, die wir bisher gehört haben, waren alle sehr, sehr gut. Okay, hör mal rein, hör mal rein. Ich unterbreche immer irgendwie. Hazard Zone ist ein PvP-Ve-Modus im Stile von Hunt, Showdown und Escape from Tarkov. Ihr startet als Vierer... So geil, dass die das auch noch erwähnen. Hunt, Showdown und Escape from Tarkov. Dass er das als Beispiel nimmt, ne? Mega geil. Lol. Cool, oder? Cool. Ist eingedeutsch? Also heißt Hazard Zone, ne? Hazard, nicht Hazard. Aber geil, dass er Hunt, Showdown und Escape from Tarkov erwähnt. Mega geil. Vierer Squad in ein Match, das auf einer der sieben neuen Maps für den Multiplayer spielt. Da sind Aufklärungssatelliten gecrasht, die Festplatten mit Wert von Daten... Warte, ich hab nicht aufgepasst, sorry, ich muss mal zurückspulen. ...GVE-Modus im Stile von Hunt, Showdown und Escape from Tarkov. Ja. Ihr startet als Vierer Squad in ein Match, das auf einer der sieben neuen Maps für den Multiplayer spielt. Oh, also immer als Vierer Squad. Okay. Okay, okay, okay. Da sind Aufklärungssatelliten gecrasht, die Festplatten mit wertvollen Daten enthalten und die ihr rausholen müsst. Gespielt wird ausschließlich mit den Spezialisten. Pro Squad dürfen sich die Spezialisten nicht doppeln, ihr müsst euch also absprechen. Auf dem Weg trefft ihr Computergegner, aber auch gegnerische Spielersquads, die natürlich auch auf Datenjagd sind. Auf Xbox One und PS4 zocken 24 echte Spieler in 6 Squads. Auf PC und Next-Gen sind es 32 Spieler in 8 Squads. 32 und 24, also PC 32. Wow. Ist ja ziemlich viel. Habt ihr es geschafft, Festplatten einzusacken, müsst ihr zum Evakuierungspunkt, von dem aus ihr abgeholt werdet. Der ist zufällig und kommt nur zweimal pro Match vor, einmal im Mid-Game und einmal am Ende. Gerade die letzte Evakuierung ist spannend. Einerseits tauchen im späteren Spiel höherwertige Festplatten auf, andererseits kloppen sich natürlich alle verbliebenen Squads um die letzte Evakuierung. Krass. Stirbt das Squad oder verpasst ihr die letzte Evakuierung, ist alles weg, was ihr im Match erspielt habt. Uff, das klingt richtig gut. Das klingt halt richtig gut, ne? Ich hab schon mit Battlefield abgeschlossen, aber das klingt richtig gut. Aber kannst du nicht ein Spiel holen jetzt nur wegen... Okay, machen wir mal weiter. Schafft ihr es erfolgreich raus und das kann im Zweifel... Boah, wie geil ist das denn aus? Schafft ihr es erfolgreich raus... Holy shit, nice sieht das aus. Und das kann im Zweifel auch nur einer aus dem Squad sein. Werdet ihr mit einer In-Game-Währung belohnt. Für die kauft ihr euch dann neue Ausrüstung, Upgrades und Gadgets. Die Währung gilt ausschließlich für Hazard Zone. Neue Ausrüstung, Upgrades... Guck mal hier, Data Drives Collected, Players Killed, Data Drives Extracted, 10 Stück, Players Revived und Players Respawned Too. Most Assists, Most Data Drives Extracted, Most Revived und Most Killed. Und Gadgets, die Währung gilt ausschließlich für Hazard Zone. Der Modus soll zum Start von Battlefield 2042 am 19. November bzw. am 12. November für Vorbesteller bereitstehen. DICE und EA halten weiterhin am Release fest, obwohl es harsche Kritik an der Beta des Spiels gab. Kritisiert werden der schlechte technische Zustand und der Wegfall des Klassensystems, der das Teamplay aufweicht. Mega krass. E-Werk Point nur zweimal im Game ist auch krass. Auch sehr, sehr krass. Okay, warte mal, ihr habt ja noch einen zweiten Link. ... Material zu Hazard Zone, also der dritten Säule von Battlefield 2042... Stimme, kenne ich doch, wer ist denn das? ... wurde jetzt veröffentlicht, im Rahmen eines Trailers. Und in diesem Trailer gab es auch Gameplay-Ausschnitte. Unter anderem von den neuen Maps, die wir noch nicht gesehen haben. Sachen wie Manifest, also der Containerhafen. Dann auch noch Sachen zu Kaleidoscope, also der Stadt in Südkorea. Oder auch der Map Renewal, also diese Map, wo in der Mitte geteilt ist durch die Mauer. Und gerade auch die Ice-Map in der Antarktis. Breakaway konnten wir sehen. Darüber hinaus ging es aber eben um Hazard Zone. Und ich möchte euch in diesem Video einfach alle Informationen geben, damit ihr versteht, wie funktioniert dieser Modus und wie spielt man ihn. Wie funktioniert dieser Modus denn? Hazard Zone ist ein Squad-basierter Modus. Ihr spielt mit einem Squad von insgesamt vier Leuten und tretet dabei gegen andere Spieler-Squads auf allen All-on-Warfare-Maps in 2042 an. Die Spielerzahl ist dabei für die alte Konsolengeneration, also Playstation... Wisst ihr, was ich mich frage? Ob das dann mehr wird wie ein EFT- und Handshowdown, wie sie gesagt haben? Oder wird das eher wie ein Battle-Royale? Weil dieses Prinzip, dass ein Team am Ende rauskommt, klingt wirklich nach Battle-Royale. Das erwähnt aber irgendwie bis jetzt noch keiner, oder? Oder sehe ich das falsch? Am Ende könnte das mehr mit einem Battle-Royale zu tun haben, als mit einem EFT- oder Handshowdown-Hardcore-Raid. Vom PC-Welt, der kleine Schwarzhaarige. Der kleine Schwarzhaarige. Der Knut. Sieht aus wie eine wilde Mischung von allen EFT- oder... Ja, 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 genau, ja, ne? Aber ich hab irgendwie so das ungute Gefühl, dass es tendenziell Battle-Royale ist. Aber irgendwie sehen die anderen das nicht so, ne? Warte mal, fahr mal weiter rein. In Fear und Xbox One auf 24 Leute, also insgesamt 6 Squads limitiert und auf den neuen Konsolen und auf PC auf 32, also insgesamt 8 Squads, die auf einer Map gegeneinander antreten. Ihr kauft euch also entsprechend ein. Ihr nehmt den Spezialisten, kauft euch die Waffen, kauft euch die Ausrüstung und diese Ausrüstung bekommt ihr eben mit den sogenannten Dark Market Credits. Das ist im Endeffekt eine... Dark Market Credits, DMCs. Entschuldigung, haben sie DMCs? Der Castrol Boy ist das? Man kann es zweimal extrahacken, Mitte und am Ende, Deadman, ja. Aber, ja, aber, ja, ja, klar, klar, klar. Aber hat es nicht trotzdem eine Ähnlichkeit mit dem Battle Royale? Oder? Eine eigene Hazard Zone Währung, die ihr erhaltet, wenn ihr eben diese Daten extrahiert im Rahmen von Hazard Zone. Hazard Zone. Ich überlege halt gerade ganz ehrlich, und das ist eine ziemlich blöde Sache, dass ich das tue. Ich überlege mir gerade ganz ehrlich, ob sich Battlefield doch lohnt. Wegen diesem Modus, ja. Und das ist ganz schlimm, dass ich darüber nachdenke. Ich habe abgehakt mit Battlefield nach der Beta. Aber dieser Modus könnte so geil sein, dass sich das ganze Spiel dafür lohnen würde. Könnte aber auch der letzte Mist sein. Super schwer zu sagen. Waffen ja kaufen oder auch upgraden und so hat das im Endeffekt diesen Gameplay-Loop. Ihr rüstet euch auf jeden Fall aus, startet dann in die Runde rein, kommt eben mit dem Little Bird oder Nightbird reingeflogen und müsst dann diese Absturzpunkte der Satelliten finden. Wisst ihr, was das Problem ist? Moin Schoki, grüße dich. Moin Moin. BF kaufen wegen einem Battle Royale-Modus? Ja, es ist ja kein Battle Royale-Modus, ne? Ich weiß nicht. Wisst ihr, was das Problem ist? Ähm. Das Feeling. Warum lieben wir Handshowdown so sehr? Warum lieben wir Handshowdown? Was ist der Grund? Der Grund, warum Handshowdown so geil ist, ist der Sound. Der Sound ist einmalig in Handshowdown. Der Sound ist so gut, der ist ein binauraler Sound, ne? Der ist so gut, dass er dich so ein bisschen in die Welt reinzieht. Escape from Tarkov ist genauso. Der Sound ist zwar nicht so gut wie bei Hunt, aber er ist wirklich so gemacht, dass du das Gefühl hast, Teil der Welt zu sein. Mit den ganzen Drumherum, mit den Waffen und so weiter und so fort, wirst du auch da in die Welt reingezogen. Und dass du dann diesen Raid machen musst, da rumläufst und das und jenes machst, das fügt sich dann sozusagen damit ein. Aber die Basis ist halt diese Immersion, dieses Gefühl. Und dieses Gefühl hatte ich halt im Battlefield 0,0. Jetzt frage ich mich, wenn so ein Hazard-Modus kommt, ne? Kommt dann noch so ein Gefühl auf? So ein bisschen diese Spannung, das Gefühl, wenn man tot ist, man hat nur ein Leben, kein Respawn. Also die Wertigkeit des Charakters ist da möglicherweise. Aber kommt das Gefühl, nur weil du nur ein Leben hast, reicht das denn schon? Bei jedem Battle Royale hast du nur ein Leben. Hast du da immer das Gefühl, nein. Also wenn ich Worsan spiele, habe ich das Feeling gar nicht. Wenn ich ein Top 10 bin, dann komme ich ins Schwitzen, da merke ich das. Aber das ist halt die Anspannung wegen dem Kampf selbst, aber nicht wegen der Immersion, Teil des Ganzen zu sein oder die Spannung zu haben. Das ist gar nicht so krass, finde ich, ne? Je weiter du kommst, desto krasser wird's. Aber bei EFT oder Handschauen hast du ab der ersten Sekunde. Und das macht das Spiel aus, ne? In der Beta hatte ich's halt gar nicht. Und ich glaub nicht, dass die's schaffen, so diese Immersion noch zu bringen, weil das Spiel ist halt das Spiel. Es ist halt erstmal so. Da wird sich nichts dran ändern. Wie wichtig ist das für diesen Hazard-Modus, frage ich mich. Wenn du kein BR-Boy bist, dann ist das schwierig. Nicht nur der Sound. Die haben das komplette Paket einfach so gut zusammengepackt, da passt alles. Ohne den Modus schlecht zu reden, aber was machst du außer fighten und die Drops holen? Hm. Ja gut, das könntest du jetzt fies auch bei EFT sagen, ne? Also du musst ja auch looten. Die Disketten, das ist deine Währung. Die DMCs. Ähm, also du musst looten. Du hast nur ein Leben. Hey, wer kennt den nicht? Den Attack of Sound. Und Patschki aus der letzten Ecke und Head-Eyes von Randall's Ghost. Ja, ja, ja. Ja, aber du weißt, wie ich meine, ne? Es zieht dich trotzdem in das Spiel rein, der Sound. Die haben halt alles fortaufgenommen, jede Waffe in echt abgefeuert, jeden Kieselstein nachgeahmt und so, ne? Das hat schon, es hat schon geil, das zieht dich halt so rein. Und das war bei Battlefield leider, äh, bei mir zumindest gar nicht. Und ich hab alle, ähm, Modi ausprobiert. Also, Wartapes hab ich gehabt, äh, Binaural Sound, 3D-Sound, 2D-Sound. Alles durchprobiert, ne? Aber ich hatte keinen, also der krasseste Sound war Wartapes. Da war das Gefühl am besten. Aber es war noch weit weg davon, fand ich so, vom richtig mittendrin sein. Keine Ahnung. Dort die Daten entnehmen und dann entsprechend extrahieren. Auf dem Weg dahin werdet ihr natürlich mit den anderen Squads konfrontiert, die die gleiche Aufgabe haben. Ich glaub, wir sind verwöhnt von Handschaudern und EFT. Das ist auch ein Problem. Das wird jetzt echt zum Problem langsam. Wir sind halt so verwöhnt von diesen Spielen, dass wir das immer vergleichen. Da muss man auch aufpassen, ne? Da muss man halt auch Abstriche machen. Der Fokus ist halt ein anderer. Ah, schwierig. Battlefield war immer der Shooter, um vom Alltag runterzukommen, ohne Großgedanken. Ja, 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 genau. Das ist es halt. Deswegen könntest du halt ein cooler, äh, Compi sein auch, zu EFT und sowas, ne? No Brain. Brain brauchst du schon, aber COD war immer so krass. No Brain Shooter. Äh, Feierabend, PC an, halbe Stunde zocken, PC aus, ne? Nebenbei noch die Lieblingsmusik hören am besten, weil der Sound war nicht so wichtig. Und dann gib ihm. Ja. Darüber hinaus gibt es aber auch noch NPC, also KI-Gegner, die unter anderem diese Satellitenpunkte auch bewachen. Das heißt, ihr habt sowohl Spieler als auch NPCs als Gegner in diesem Modus. Frage ist auch, wie gut sind die NPCs und sowas, ne? Aber das ist nebensächlich, glaub ich. Darüber hinaus ist dieser Modus auch zeitlich begrenzt. Es wurde hierbei jetzt kein wirklicher Zeitraum genannt. Das waren wir jetzt zum ersten Mal, also zeitliche Begrenzung, okay. Ich denke mal, dass es nicht länger als vielleicht eine halbe Stunde im Schnitt dauern wird. Aber die eigentliche Begrenzung ist der Sturm, der immer näher kommt. Ihr habt im Rahmen von Hazard... Oh, ein Sturm, also es ist doch wie Battle Royale. Du hast einen Sturm, der die Zone immer kleiner macht. Das ist mehr Battle Royale als alles andere. Zweimal die Möglichkeit zu extracten, also im Endeffekt mit dem Condor-Fahrzeug abzuhauen und damit eure Daten zu sichern. Einer dieser Punkte wird circa in der Mitte der Runde stattfinden und der letzte Extraction Point, also die Möglichkeit abzuhauen, kurz vor Ende dieser Runde. Ihr müsst euch also selber entscheiden, wie viel Daten ihr... Das könnte schon sehr spannend sein, wenn man so sieht, wie wir da rumschleichen, ne? Das könnte schon geil sein. ...extrahieren wollt oder wann ihr aus dem Spiel wieder rausgeht, um diese Daten zu sichern. Es ist dabei auch so, dass während dieser Runde immer wieder neue Satelliten abstürzen, die zum Beispiel weitaus höherwertigere Fracht tragen, als die Satelliten, die ihr zu Beginn der Runde schon angezeigt bekommt. Wenn ihr es jedoch verpasst, in der Runde zu entkommen und der Sturm das Ganze eingenommen hat und damit nicht mehr die Möglichkeit bietet, abzuheben, dann habt ihr alles verloren. Aber was ist, wenn ihr in der Runde jetzt zum Beispiel getötet werdet? Ihr habt dabei diesen Knocked State. Das heißt, wenn ihr runtergeschossen werdet und euer Leben halt verliert, dann seid ihr erstmal genockt und habt die Möglichkeit... Okay, aber du bist nicht tot, also auch Warzone-technisch. Wie Warzone, ne? Bist dann genockt, kannst dann gerevived werden. ...möglichkeit, auch hinter Deckung oder so zu kriechen. Wenn ihr aber darin durchgefinisht wird, was man aus anderen Games natürlich kennt, dann seid ihr im Spectator-Modus. Das ist ja voll Battle-Royale. Spectator-Modus, Knocked-Status und so weiter. ... und könnt eurem Team zuschauen. Dieses Team hat jedoch die Möglichkeit, an diversen auf der Map verteilten Punkten euch wiederzubeleben. Oh nein, Apex. An gewissen Punkten Wiederbelebung. Das heißt, du gehst irgendwo hin, haust dann die Marke rein und dann kommt irgendein Frachtschiff oder so und holt dich dann wieder. Apex. Alles reingeworfen. Das ist Apex. Oder das Ganze auch im Rahmen eines Gadgets, was man zu Beginn kaufen und mit sich tragen kann, euch die Möglichkeit zu bieten, euch eben wieder ins Game reinzuholen. Hier entsteht eben dieser Gameplay-Loop, den man auch aus anderen spielen, wie zum Beispiel Han Showdown oder von mir aus auch Escape from Tarkov. Yes, Sackes! Sackes! Han Showdown oder von mir aus auch Escape from Tarkov. Das Ganze natürlich im Battlefield-Style. Wie sich das schlussendlich spielen wird, werden wir natürlich noch erfahren, sobald das Game da ist und wir den Hazard-Modus spielen können. Aber Fakt ist, so sieht der Hazard-Modus aus, so spielt sich der Hazard-Modus. Und ich bin mal gespannt, wie dieser Spiel-Modus bei der Community ankommt. Es ist, wie gesagt, und das wurde ja mehrmals schon erwähnt, kein Battle Royale, sondern eine eigene Interpretation diverser anderer Modi oder Games, die jetzt hier im Battlefield stattfinden. Gerade für Leute, die ein bisschen mehr competitive unterwegs sein wollen und gerade mit ihrem Team auch da das Beste reißen möchten, sind wahrscheinlich nicht schlecht in diesem Modus aufgehoben. Was ihr von dem Trailer zu Hazard-Zone und den ganzen Informationen haltet, könnt ihr natürlich jetzt gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Feedback ist immer wichtig und ich bin mal gespannt, wie es dann schlussendet wird. Wichtig und richtig. Ja, und wenn ihr rund um Battlefield 2042 nichts verpassen wollt, dann seid ihr genau richtig. Lost ist das! Ich kann euch nur raten, euer Abo noch abzulassen, falls ihr es nicht... Das war Lost! Das war Lost! Nicht der von PC-Games, das war Lost! Gigi ist an Lost! Nee, hat er gut zusammengefasst. Ja, der wird das auf jeden Fall zocken, klar. Der Lost war das! Lul! Ja, tolle Sache auf jeden Fall, dass die da was Neues machen. Könnte geil werden. Leute, ciao, 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 bis zum nächsten Mal! Macht's gut! Ciao, 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 ciao! Ciao, 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 ciao! hab's aber nicht.